Lebensmittel sind für uns wichtig. Schließlich müssen wir ja etwas essen. Wenn aber Lebensmittel hergestellt werden, entstehen in der Regel auch bestimmte Gase. Man nennt sie Treibhausgase. Ein Problem, denn zu viele Treibhausgase sind schädlich für das Klima. Lebensmittel werden heutzutage weltweit gehandelt. Mit Frachtschiffen, Flugzeugen und Lastwagen werden sie zum Teil Hunderte, ja sogar Tausende Kilometer weit transportiert, bis sie bei uns in den Geschäften ankommen. Dabei entstehen wieder Treibhausgase, zum Beispiel CO2. Damit sie möglichst frisch bleiben, müssen viele Lebensmittel die ganze Zeit über gut gelagert und gekühlt werden. Auch dabei wird CO2 produziert. Bis die Lebensmittel bei uns im Einkaufskorb landen, sind durch Herstellung, Transport, Lagerung und Kühlung reichlich klimaschädliche Treibhausgase wie CO2 entstanden. Daher haben auch Lebensmittel einen Einfluss auf unser Klima. Lebensmittel sind für uns wichtig. Schließlich müssen wir ja etwas essen. Wenn aber Lebensmittel hergestellt werden, entstehen in der Regel auch bestimmte Gase. Man nennt sie Treibhausgase. Ein Problem, denn zu viele Treibhausgase sind schädlich für das Klima. Lebensmittel werden heutzutage weltweit gehandelt. Mit Frachtschiffen, Flugzeugen und Lastwagen werden sie zum Teil Hunderte, ja sogar Tausende Kilometer weit transportiert, bis sie bei uns in den Geschäften ankommen. Dabei entstehen wieder Treibhausgase, zum Beispiel CO2. Damit sie möglichst frisch bleiben, müssen viele Lebensmittel die ganze Zeit über gut gelagert und gekühlt werden. Auch dabei wird CO2 produziert. Bis die Lebensmittel bei uns im Einkaufskorb landen, sind durch Herstellung, Transport, Lagerung und Kühlung reichlich klimaschädliche Treibhausgase wie CO2 entstanden. Daher haben auch Lebensmittel einen Einfluss auf unser Klima. Lebensmittel sind für uns wichtig. Schließlich müssen wir ja etwas essen. Wenn aber Lebensmittel hergestellt werden, entstehen in der Regel auch bestimmte Gase. Man nennt sie Treibhausgase. Ein Problem, denn zu viele Treibhausgase sind schädlich für das Klima. Lebensmittel werden heutzutage weltweit gehandelt. Mit Frachtschiffen, Flugzeugen und Lastwagen werden sie zum Teil Hunderte, ja sogar Tausende Kilometer weit transportiert, bis sie bei uns in den Geschäften ankommen. Dabei entstehen wieder Treibhausgase, zum Beispiel CO2. Damit sie möglichst frisch bleiben, müssen viele Lebensmittel die ganze Zeit über gut gelagert und gekühlt werden. Auch dabei wird CO2 produziert. Bis die Lebensmittel bei uns im Einkaufskorb landen, sind durch Herstellung, Transport, Lagerung und Kühlung reichlich klimaschädliche Treibhausgase wie CO2 entstanden. Daher haben auch Lebensmittel einen Einfluss auf unser Klima. Nach einer Untertitelung des ZDF für funk, 2017